Die Jahre konnte ich schon hoch hinaus, ich hab mir die Steine getauscht und meine Hörte aus. Ich war der Erste mit dem Ständer in Zahnkast, der Erste, der so Geld gemacht hat mit Handflaschen. In meinem Alter, statt ich war der Eifer, damals wurde ich noch und sagte, sagt es weiter. Ich musste drucken und nicht in den Wienergang, wo alle Leute draußen auch noch nie ein Wiener waren. Wenn ich noch gewusst habe, wusste ich, dass alle Kinder waren. Ich musste laufen, denn ich hatte kein Wiener waren. Der kleine Fälle, der die ganzen Sachen scheiße braucht, alle wissen, wie ich kann, ist dann scheiße aus. Ich wollte Spielzeug aus und war ein Sport, da bin ich viel Zeug, aber es ist wie ein Bankkot. Ich bin damals in den Sondag, so dumm, ich wusste, wenn ich groß bin, dachte ich mal klar. Was für Gefühle ist, in der Juke zu sehen? Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juke zu stehen. Nein, nein, ich wollte immer schon so viel bei TV, MBB, und nie wieder, wieder im Bau. Nie wieder auf, nur eine Minute, die alles macht, nie wieder. Arbeiten gehen, von rechts bis ab, ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft. Ich werd von einem Team zu rechts, seit einer Nacht. Für 13 wollte ich dich nicht mehr einsehen, ich war 13 und das war mein Leben. Ich hab es locker in die 7. geschafft, ich komm locker jeden Tag, wer so tief war.